Das wird grossartig heute, grossartig! Wieso bist du so gut drauf? Weil wir heute mit einem Backer spielen können. Mit einem richtigen Backer! Geil! Das wolltest du immer mal. Los, komm mit! Salut Pius! Salut Ebi! Hi! Das ist Pius. Und zusammen lassen wir es heute so richtig krachen. Gell Pius? Genau. Ich würde sagen, gehst du mal auf den Backer. Machst du alles bereit? Ich gebe dir nachher das Zeichen. Okay. Sehr gut. Das Ganze, was wir hier machen, hat selbstverständlich einen sehr wichtigen und seriösen Hintergrund. Zusammen mit dem Pius wollen wir uns heute anschauen, was passieren kann, wenn wir bei einer Backerschaufel mit einer herkömmlichen, unsicheren, hydraulischen Schnellwechseleinrichtung die zusätzliche Kontrolle vom Gegendrucktest vergisst. Wir simulieren das Ganze mit einem modernen Backer, der bereits eine sichere Schnellwechseleinrichtung hat. Pius, bist du bereit? Ja! Dann lassen wir es krachen! Tay! Gut ja! Schaut euch das mal an. Boah. Unglaublich. Alles muss. Bei allem Spass. Aber ich glaube, das ist extrem eindrücklich. Das zeigt, wie gefährlich, dass es sein kann, wenn bei einer Backer-Schufel bei der Gegner-Schufel gedrückt hat, vergisst. Das ist ganz verrückt, was hier passiert ist. Das hat enorm geknallt. Darf ich mir das noch mal anschauen? Basti, ist das möglich? Die Bagger-Schufel 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 Stell dir mal vor, da wäre ein Mensch darunter gestanden. Warum macht nicht jeder Bagger den Gegendrucktest? Die Basis ist mir auch ein Rätsel. Meine Instruktion laut Clip und klar bei jedem Werkzeugwechsel und bei jeder Inbetriebnahme und Übernahme eines Bagger die zusätzliche Kontrolle anhand des Gegendrucktestes von mindestens 3 Sekunden zu machen. Ich mache das aus meiner eigenen Sicherheit und aus Vorsicht, wenn ich eine nach- oder ungerüstete Schnellwechseleinrichtung bediene. 3 Sekunden rettet Leben und auf suva.ch erfahrt ihr wie und warum der Gegendrucktest unverzichtbar ist und kann Leben retten. Weiter findet ihr dort auch ein Kleber, ein Schlüsselanhänger und Tasse, die immer daran erinnert, den Gegendrucktest zu machen. Wie bleibt Nuno, mich ganz herzlich bei dir bedanken, Pius. Danke dir, Ribi. Danke vielmals und tschüss zusammen.